Alles was Freiheit braucht. Der Knaus Boxstar. Dank zusätzlichem Hubbett vorne und flexibler Sitzgruppe haben Sie im Boxstar Freeway 630 viele Möglichkeiten, den Raum optimal auszunutzen. Die kompakte Küche, das vollwertige Bad und die umbaubaren Einzelbetten im Heck schaffen einen überraschend geräumigen Wohnbereich. Der Boxstar Freeway bietet Ihnen viele Möglichkeiten, um mit einem Kastenwagen komfortabel zu reisen. Vor allem das zusätzliche Hubbett vorne und die umbaubaren Einzelbetten im Heck sorgen für optimale Raumausnutzung. Aber auch die hochwertige Küche, das vollwertige Bad mit Dusche und die bequeme Sitzgruppe schaffen Wohlfühlatmosphäre. Der Boxstar schafft dank offener Raumgestaltung und flexibel verschiebbarer Sitze ein Maximum an Bewegungsfreiheit, trotz kompakter Fahrzeugmaße. Das überraschend große Küchenelement ist mit Dreiflammkocher, Glasabdeckung, tiefer Spüle und großem Kühlschrank vollwertig ausgestattet. Im Schlafbereich hält das innovative Raumkonzept im Boxstar für jeden Ihrer Ansprüche die passende Lösung bereit. Die größenoptimierten und bestens ausgestatteten Waschräume sind dank verschiedener Grundrissvarianten optimal an Ihre Bedürfnisse anpassbar. Knaus und der Boxstar – Freiheit, die bewegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017